Ich renne, ich renne, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus. Ich habe die Hose. Ach, du bist doch noch voll im Saft, Mensch. Alles gut. Oh, danke. Oh, das ist das Kettenfahrzeug wieder. Pass auf, da oben. Da oben ist schon wieder eine Maschine, wer jemand? So ein Wicht, ey. Aua, Aua, was schießt du auf mich? Oh, oh, direkt vor mir. Ach du Scheiße, ey. Der war direkt vor mir, ich habe es nicht gemerkt, ich dachte, du wärst das gewesen. Bist du wieder tot? Nee. Das war das Einfaches, ey. Ach, versteckst du dich hier unten, ne? Kleiner Arschmarrer, Alter. So. Das war's. Weg mit dem Scheiß. So macht man das nämlich. Mit den eigenen Waffen töten. Das ist viel effizienter. Das ist sehr viel effizienter. Okay, da muss auch mal ein Schalter sein. Oh, ey, hallo. Ich muss mich ganz schnell. 16, 15, 14, 13. Warte. Digger. Die Tür ist aber zugeknallt, dass ich es gemerkt habe. Ja, 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 weil ich hier schon drinne war, ne? Ich hörte so, puff, und die Tür war zu. Oh. Ey, ja, moinu. Tschüss. Keep them away from the boats. Keep them away from the boats. Keep them away. Ach, nein. Schade. Es wäre zu einfach, behaupte ich. Wollen wir das noch eigentlich leise machen? Hua. Hua. Okay. Chillt doch mal. Ihr seid viel zu aggressiv. Ey, hallo. Oh, hab ich zu schießen, du Penner. Seid viel zu aggressiv. Seh ich genauso. Aber die haben jetzt irgendwie auch so Blendgranaten oder irgend so'n Scheiß, oder? Kann das sein? Braum ist noch einer. Klappe da oben. Wie zerstört man die? Was? Diese Boote. Granate. Ah, lol. Ah, lol. Man muss da richtig raufzimmern auf die Boote. Man muss da echt ein paar Granaten drauf ballern. Hä, geht das überhaupt? Ah. Na, ich habe hier hinten auch ein Boot, aber es geht gar nicht kaputt. Hinter uns? Da kommen wir jetzt aus dem Boot. Ja. Moin. Moin. Ich bin jetzt mal hinterm Pappkarton zersteckt. Beste Deckung überhaupt. So, dann ist er bloß da oben, oder? Ja. Ja. Was ist mit ihnen los? So, was haben wir denn hier? Oh. Oh. So. Einen Weg in das Gebäude finden. Sieht euern Süd aus, oder? Agent Down. Was? Agent Down? Agent Down? Wiss ich. Du bist nicht Down, nein. Nein, 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 nein. Okay. Sesam, öffne den. Wir werden schon wissen, wo was zu tun ist. Das ist ein Sommerobjekt. Ja, habe ich gerade gehört. Da ist es. Gefunden. So, Übertragung abbrechen. Weg damit. Okay. Sehe ich genauso. Einen Weg in das Gebäude. Ah, hier. Also ich werde wohl echt deine Aufnahme brauchen, weil... Ja. OBS meint so, ach ja, machen wir mal 35 FPS, kein Problem. Läuft, oder? Oh, läuft sehr flüssig. Also du kannst es dir schon mal merken. Drecks OBS. Dann muss ich wahrscheinlich ein PC durch starten und dann ist wieder der Fehler wie vorhin. Das wärs ja. Das noch ein Sommerobjekt. Ah, hier. Null. Was geht denn hier ab? Ach und dann haben sie bei Resident Evil 3 rausgefunden, wenn du von Nemesis verfolgt wirst und nach unten guckst, ja, zu deiner Füße, dann kann er nicht vor dir spawnen. Okay. Das ist nicht so programm... Ja, da muss man ja drauf kommen. Ja, das mein ich ja. Ja, das schon. So. Aua. 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 Da oben wo. Da. Der lümmelt da oben. So. Das war's. Nee. Nee. Da noch. Von dort wieder an geschissen. Aua. Da kommen sie schon. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der war schön. Das war super. Das macht den auf dicke Hose und dann BAM. Quarantäne hast du gelesen, ja? Die wollen alle nur. Das Coronavirus hier. Ah, das Spiel hat's gewusst. Vorher gesehen haben sie's. Da liegt denn da eine Leiche oder eine Puppe? Es gibt so eine Leiche, oder? Oh, oh mein Gott! Eine Puppe. Verarscht. Moin. Ach so, oder? Nein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Die können uns doch nicht einfach töten, oder? Oder wie siehst du das? Ach, hier oben. Ah! Nein! Der ist rüber gejumpt! Uh. Ich wollte eigentlich von oben. Ach, da sind sie schon. Warum springt der immer rüber? Ich hau den gleich mal an die Schau. Das Problem hat ich genauso. Oh, lol. Das war gut von mir. Ja. Ah, nee. Das sind, ah, das sind die Kamikaze Typen wieder. Oh, mach kaputt. Oh. Kamikaze. Rechts. Von rechts. Ne, doch nicht. Von gerade. Von oben. Von unten. Ganz oben. Und ganz unten. Kamikaze. Aua. Den oben habe ich. Gehen wir oben her zu schießen. Na, jetzt unten. Jetzt kommt der von dort wieder angeflogen. Man brennt schon wieder. Boah, ey, wie alles explodiert und brennt und warm. Pass auf, rechts, ja. Rechts ist noch einer. Ich hab den oben. Oh, kommt schon unten. Wieder so ein Kamikaze Typ. Und oben. So. Das war der. Unglaublich. Ach, das ist ein Theater hier. Okay. Ja, die machen ein Theater. Richtig. Need the building. Need the building. Need the building. Wir brauchen das. Need the bare one. Wir brauchen nur die Beude. Wo sind der? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wo bist denn du? Weiter gegangen. Wow. Ach, das war einer von uns. Was hast du denn abgeschossen? Ach, hier. Die Mieze ist dead. Welche Mieze? Ach, die, also. Na ja. Wir machen das schon. Oh, schönes Ding. Ha, 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 ha. Ey, hat jemand überlebt. Was soll das? Saudi. Und sie läuft und läuft. Und sie brennt schon wieder. Oh, ja. Das war ganz blöd. Ja, ja. Die laufen auch alle immer ins Feuer rein, ne? Ja. Richtige Trottel, ne? Echt so blöd. Keep them away from me. Keep them away from me. Whatever you do, don't let them into the concert hall. Ja, genau. Einmal E. So ist das schön. Ja, da kommt noch welche. Ja, der Vogel, der stirbt jetzt auch. Na ja. Easy peasy, Digga. So muss das laufen. Das war ja nix, doch. Oh, ja, schönes Sammelobjekt da hinten. Oh, lebe ab. Wer bist du? 24. Ach, das bin ich. Ach, das bin ich. Aber du bist das letzte Mal schon geworden, ne? Ja, genau. Oh, shit. Hör mal, was ist denn Musik eigentlich schwer so laut? Ich verstehe gar nix, ey. Kommst du? Du bist unten oder drin? Nee. Ja, ich denk nach oben. Komm, wir müssen nach unten. So, okay. Okay, ne neue Startzone. Okay, jetzt geht's los. Oh, oh. Noch mal alles nachladen. Oh, oh. Alles haben. Jut, bin ready. Warte, welchen nimmst du? Wo bist denn du? Ach, da. Warte, ich mach mal. Ich nimm den rechten. Du nimmst den rechten? Ja. Ja, und den linken. Und? Äh, moin, Alter, was war das denn jetzt? Ich hab was rausgesprungen. Das war eigentlich anders geplant. Eigentlich schon, ja. Naja. Wir kriegen das schon hin, irgendwie. Inprovision ist alles. Hier, Drohne, kümmer dich. Mach mal. Ach, guck mal. Molotow-Cocktails. Die Bande da oben. Da oben. Gibt's auch mal, ne? Drohne, macht alles. Kannst du bei dir behalten. Die Drohne fliegt immer zu mir zurück. Die soll die töten und nicht zu mir zurück. Guck mal. Oh, wer ist denn das da? Wer ist denn das? Oh, oh. Auto da oben. Alles klar. Jut, und? Nun? Ja. Weiß ich nicht. Irgendwie passiert gleich was. Jaja. Warum brennt das da oben? Äh. Au, 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 au. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Na, es geht ja. Oho. Der Gelbe ist gefährlich. Jaja. Oh, der Gelbe ist fast tot. Äh, der Gelbe läuft nach oben. Kann man nur so sein. Wo ist denn der? Tot. Ach so. War schon währenddessen geregelt. So auf ganz spontan. Ah, nice. Da ist er wieder. Wo sind? So läuft er da oben. Ja, wir sind hier für anders, Digge. Der leckt ja noch mehr als ich, du. 10 FPS oder sowas, ne? Guck, der ist sauer. Okay. Komm, hier. Das wollte ich gerade machen. Oh. Nein. Okay, Digga. Okay, Digga. Digga, Digga, Digga. Jaja, ich komm hoch. Ich bin fertig. Du bist auch fertig? Du bist auch fertig? Okay, dann hat's... Ich bin Reddown. Ja, dann hat's jetzt erledigt. Dann können wir Neustart. So, jetzt sind wir auf ganz spontan. Einen töten. So, tot. Und... Warum wird der immer da rübersprungen? Versteht er aber nicht. Oha, der hat den Mittelwinger gezeigt. Geht der gar nicht. Da ist er jans, jans böse. Jans frecher ist das. Kannst du da oben selbst behalten, den Child? Wo kommen denn die Schüsse her? Da oben. Ist ein ganz cleverer da. Äh, versteckt sich da oben. Die Ratte. Na los. Hey. Oh. Was ist denn für ne schwule Sau? Die läuft da jetzt hin. Schade. Oh, die ist ja. Der macht so'n Affentanz, ja? Das ist der Oberhammer. Aber der hatte ganz schön, ne? Also der hatte ganz schön viel, muss ich sagen. Diese Sau, die. Ja. Jetzt brennt's gleich wieder wahrscheinlich. Oder sind wir noch nicht so weit? Ne, noch nicht. Fire detected. Fire detected? Maaaann, alter Digga. So. So ne Gelbe. Achso, der, 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 der ist nur kurz da und dann verpisst er sich, ja? Ja. Ja, ja. Lebst du noch? Lebst du noch, ja? Meine Drohne kümmert sich. Ach, die haben Flitzer genommen. Fire in Bogen. Der Penner mit dem Bogen hier. Oh. Das war's. Das war's. Nein! Digga, komm schnell! Ja, ja. Ja, ja. Der hat, irgend so'n Pfeil wird später explodiert. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Irgend so'n scheiß Pfeil im Bogen, der mich zum Explodieren bringt. Alter Scheiße. So, danke dir, Digga. Joa. Uh. Aber ich muss schon sagen, mittlerweile gehst du auch ein bisschen häufiger drauf. Ja, ja. Muss mal, wahrscheinlich mal ein bisschen abchecken, wenn er... Du wirst mutig, glaub ich. Oder so. Ja, das ist wieder so'n gelber Fuzzi, ey. Ja, das ist wieder so'n gelber Fuzzi, ey. Ey, 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 ey. So nicht. Pass auf, da kommst du. So bin haarig. Ey, der gelbe Fuzzi liebt ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er down. Ah, da ist noch ein roter. Ne, der ist auch down. Warum glitzert das hier eigentlich so? Dahinter, guck mal, die alte ist hinter ihm. Die hatten. Die hatten. Na, jetzt hat er den immer so'ne große Schnauze. Bringt ihr den jetzt um, oder? Nö, nö. Das ist natürlich blöd, ne? Das ist scheiße, ja. Wiederaufbau von DC. Jut, jetzt müssen wir noch raus, oder? Bis zum nächsten Mal.